Das ist ja nett, so pünktlich. Schön. Ich freue mich. Ja, kommen Sie rein. Kommen ja regelmäßig. Danke. Wollen Sie den Hut abnehmen und Ihre Jacke hier? Ist immer noch kalt, ein bisschen frisch abends. Ja, ja, ja. Es ist irgendwie... Ist mir auch aufgefallen. Na ja, Winter. Sie haben ja schon eine Frühlingsblume. Ja, die ist... Ja, dann kommen Sie doch durch. Die Blume ist für Sie. Vielen Dank, dass Sie aufmerksam sind. Das ist ja sehr nett. Ja, wir haben hier ein bisschen was erneuert. Und fällt Ihnen irgendwas auf? Ja, ja. Die Tassen... Ja, das ist jetzt mal was Neues. Das ist das Neues aus Amerika. Das soll helfen. Also statt den Gläsern haben wir jetzt Tassen. Und das... Das soll sehr gut sein. Wollen Sie noch Ihre Jacke? Nein. Ja, ich hoffe, dass das bei Ihnen anschlägt mit diesen Tassen. Und... Was soll ich tun? Ja, versuchen Sie es mal wie mit den Gläsern, dass Sie einfach ein lockeres Verhältnis dazu bekommen. Oh, das ist schrecklich. Ich kann Sie nicht anfassen. Aha. Ja. Machen Sie es doch so wie ich. Hier, diese Tasse hier. Oder... Oder diese Tasse... Oder hier diese... Oder hier diese Tasse... Das ist doch ganz interessant. Aha. Oh ja. Oh ja. Das ist aber nett. Ja, das ist ja sehr erfolgreich. So, aha. Ja, dann nochmal. Diese Gute-Morgen-Tasse wollen Sie haben. Aha. Aha. Ja, gut. Das ist ja schon sehr erfolgreich. Dann kommen Sie morgen wieder, ne? Wenn ich Ihnen noch den Obolus haben dürfen, damit es auch besonders hilft. Was kostet das denn? Ja, das ist jetzt ein bisschen mehr geworden durch die I-Bahn-Nummer. Aber das stimmt schon so. Wie, 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 wie viel? Ich habe es nicht dabei. Nein? Vielleicht draußen in Ihrer anderen Jacke. So, das ist mir vielleicht gut. Ach, dann bringe ich Sie schon mal raus. Ja. Ich habe es. Ja, Jacke. Das war doch mal was anderes, ne? Bitte schön. Ja, danke. Ja. Also, durch diese Sache mit der, ist es. Ach so, Ihre eine Blume ist hier aus dem Revier gefahren. Ja, danke schön, dies für Sie. Ach so, danke. Ja, also, tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht mal, lass sie noch raus. Ich springe dann von dieser Brücke. Nein, wer will denn so verzweifelt sein? So. Ich bin einfach so. Michael what? Ja. Hm, ich bin einfach sicher. Ich bin einfach mal nervös. Ich bin einfach. Ich bin einfach so. Ich bin einfach mal, wenn ich alles. Und ich bin einfach mal.